Leben mit Parkinson An Morbus Parkinson erkrankte Personen brauchen oftmals etwas länger, um sich auszudrücken oder zu reagieren, dennoch sind ihre geistigen Fähigkeiten nicht grundsätzlich beeinträchtigt. Zwar kann im späteren Verlauf der Erkrankung Demenz auftreten, doch im Gegensatz zur Alzheimer Demenz sind Gedächtnis- und Urteilsvermögen bei Parkinson-Patienten bis zu diesem Zeitpunkt intakt. Im Vordergrund stehen die körperlichen Symptome wie Zittern in Ruhe, Verlangsamung und Steifheit der Bewegung. Sie führen zu Ungeschicklichkeit und häufigerem Stolpern sowie eventuellen Startschwierigkeiten bei beabsichtigten Bewegungen. Feinmotorische Aufgaben wie das Schreiben und Sprechen sind beeinträchtigt, die Halteflexe des Körpers abgeschwächt. Auch das Fritzing-Phänomen, ein plötzliches Erstarren, und vermehrter Speichelfluss können auftreten und werden von den Betroffenen gerade in der Öffentlichkeit als sehr unangenehm empfunden. Diese körperlichen Einschränkungen haben zur Folge, dass sich Betroffene häufig aus der Gesellschaft zurückziehen und aus Scham ihre Umwelt meiden. Eine frühzeitige Behandlung von körperlichen Symptomen hat daher langfristig positive Auswirkungen auf die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten und kann den sozialen Rückzug vermeiden helfen. Mobilität erhalten Um die Mobilität bestmöglich zu erhalten, sollten regelmäßige Bewegung und leichte sportliche Betätigung ein fixer Bestandteil des Alltags sein. Neben den Medikamenten sind begleitende Maßnahmen wie Physio- oder Egotherapie sinnvoll. Die meisten Selbsthilfegruppen haben vielfältige Angebote, die von Schwimmgruppen bis zu Gigong oder Scherzukursen reichen. Mithilfe dieser speziellen Übungen können einzelne Muskelgruppen gezielt trainiert werden, und auch das Einlernen falscher Bewegungsabläufe wird verhindert. Wichtig ist auch das Üben einer stabilisierenden Haltung durch das Mitschwingen der Arme beim Gehen, weil dadurch Stürze vermieden werden können. Die Verwendung einiger Hilfe ist ebenso ratsam wie die Absicherung gefährlicher Stellen, Teppichkanten, rutschiger Böden, loser Gegenstände etc., in der Wohnung. Plusplus mehr zum Thema Krankengymnastik bei Parkinson Sonplusplus sollte es zum Auftreten des Fritzing-Phänomens beim Gehen kommen, kann ein Anti-Fritzing-Stock hilfreich sein. Dieser ist mit einem ausklappbaren Querbalken versehen, über den man hinwegsteigt und so die Erstarrung durchbricht. Auch ein Laserpointer kann gute Dienste leisten. Der Stress des Fritzing eher verstärkt, ist das Eingreifen anderer Personen in dieser Situation meist kontraproduktiv. Beim Spazierengehen sollte die Begleitperson den Patienten daher nicht drängen oder am Ärmel ziehen. Stattdessen kann es dem Patienten helfen, sich innerlich oder auch laut vorzusagen, was man jetzt tun möchte, etwa, der linke Fuß steigt nach vorne. Das Gedankliche mit Zählen von Schritten kann ebenfalls nützlich sein. Ernährung und Schlaf bei Schluck- und Artikulationsstörungen ist eine logopädische Therapie notwendig. Speisen sollten generell möglichst breich zubereitet werden, kleinere Harten sind dem großen Biss vorzuziehen. Die Gesichtsmuskulatur trainiert man am besten durch tägliches Grimassenschneiden vor dem Spiegel. Weitere körperliche Erscheinungen des Morbus Parkinson können Verstopfung, Blasenfunktionsstörungen, vermehrtes Schwitzen und Schlafstörungen sein. Ballaststoffreiche Ernährung und eine ausreichende Trinkmange von 1,5 bis 3 Liter am Tag sind daher empfehlenswert. Allerdings sollte übermäßiges Trinken unmittelbar vor dem Zubettgehen vermieden werden, um das Aufstehen nachts zu vermeiden. Um die Schlafqualität zu verbessern, kann vor dem Zubettgehen noch etwas Bewegung gemacht werden. Falls der Schlaf durch heftige Beinbewegungen oder Albträume gestört wird, können nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eventuell schlaffördernde Medikamente unterstützend eingesetzt werden. Krankheitsbedingte Störungen der Temperaturregulation können sich sowohl durch vermehrtes Schwitzen tagsüber und nachts als auch durch ein gesteigertes Kältempfinden bemerkbar machen. Das Überheizen des Schlafzimmers sollte daher unterbleiben und gegebenenfalls nur eine leichte Decke zum Schlafen verwendet werden. Auf Reisen wird heißes Klima eventuell nicht mehr so gut vertragen. Plus plus mehr zum Thema Ernährung und Bewegung bei Parkinson plus plus ärztlicher Hilfe Das Leben mit Parkinson stellt Patienten vor große Herausforderungen. Depressionen sind eine häufige Erscheinung der Erkrankung, die durch die geänderten Lebensumstände begünstigt wird. Motivationslosigkeit, innere Unruhe, Gedächtnischprobleme, Appetitverlust, ein verringertes sexuelles Interesse und der Rückzug aus dem Alltag können die Folgen sein. Da einige dieser Erscheinungen auch als Nebenwirkungen der Medikamente auftreten können, sollte bei längerem Fortbestehen ärztlicher Hilfe in Anspruch genommen werden. Um diesbezügliche Zusammenhänge leichter zu erkennen, sollten Aufzeichnungen über Therapieumstellungen und beobachtete Symptome geführt werden. Hilfreiches für den Alltag Socken- und Schuhanzieher Diese vermeiden Stürze beim Bückenklettverschlüsse statt Reißverschlüssen bei Kleidungsstücken an die Rutschunterlagen und Haltegriffe für die Badewanne und zerbrechliches Geschirr und Besteck mit Spezialgriffen Universalverschlussöffner für Korken, Dosen etc. Aufsteckbare Schreibgriffe und Umbleghilfen Speziell geformte Badebürsten für den Rücken Aufstehhilfe für Sessel Handreiner für Feinmotorikübungen Anti-Fretzing-Stock